Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Infraspace hier bei Heisenberg Zockt. Na, ist das ein Maloch. Also jetzt wird es aber langsam riesig. Wir kriegen das noch hin. Ja, ich weiß auch nicht. Aber wir es vielleicht schaffen, dass wir die ganze Gegend hier besiedeln. Ja, schwierig, aber der Kern steht, würde ich sagen. Was haben wir hier hinten? Hier fehlen Motoren. Okay. Soll ich hier noch ein paar Motorengingens hinstellen? Ja eben, da fehlen wieder die Punkte. Da kommen wir bei der Forschung wieder nicht vorwärts. Ich gucke mal schnell. Oder Moment, lasst uns mal schnell hier gucken. Äh, wen tun Nanoröhren? Einmal mehr? Ja, dann fangen wir mal bei denen an. Le Nano, Le Röhr. Die haben wir. Da sagen wir immer, wo waren sie doch? Hier. Kriegen wir hier einen Bonus? Jawohl, kriegen wir. Also, dann ist das eigentlich fast schon selbstredend, dass wir hier ein, zwei von denen hinstellen. Äh, und jetzt haben wir kein Beton mehr. Und wir haben auch keinen Strom mehr. Ne, wir haben keinen Stahl mehr. Wir müssen Stahl nachrüsten. Weil die Motorenfabriken, die verbrauchen Stahl nicht gerade ohne Ende, aber doch in rauen Massen. Also gut. Strom. Ja, dann müssen wir aber auch nochmal ein Momentchen warten. Ne, kann ich setzen. Gut. Äh, wohin? Hier hinten war das. Okay. Einmal zack. Und ein zweites. Doch, ein zweites geht auch. Machen wir doch gleich mal. So, dann sind wir beim Strom auf der sicheren Seite. Aber bei den Wohnungen. Wir waren eigentlich gerade bei was ganz anderem dran. Ist mir klar. Aber Wohnungen sind meiner Meinung nach sehr wichtig. Damit wirklich eben die Stadt auch entsprechend wächst. Ähm. Ne, nicht so, sondern so. Jawohl. Zack. Einmal diesen. Dann machen wir hier einen Riegel hin und machen die Strasse nachher. Ne, machen wir nicht. Uns fehlt Beton. Sag mal. Äh. Jetzt fehlt uns... Ne, uns fehlt Stahl nicht. Beton. Ja, gut. Dann gehen wir halt hier nochmal zurück. Beziehungsweise... Ne, das bringt eben nichts, wenn wir hier gucken. Wo haben wir hier gleich nochmal Stahl? Weil das Problem ist, äh, da haben wir in dem Sinne keine Nachfrage. Da ist Stahl. Äh, hier unten. 95,6. Doch, haben wir eigentlich. Warum ist das denn nicht gelb hier? Das ist ja auch interessant. Na ja, gut. Wir machen mal nochmal ein Stahlteil hin. Beziehungsweise mehrere. Die brauchen Eisen und Luft. Das müssen wir hier hinten haben. Die brauchen eh auch gerade Stahl, so wie es aussieht. Ich könnte natürlich... Äh, A. Wisst ihr was? Ich versuche mal, ob ich das hier rüberkriege. Ja, weil... Wollte gerade sagen, ohne dass da was flöten geht. Dann können wir nämlich hier so ein Teil hinsetzen. Zack. Und hier hinten haben wir keinen Platz. Aber hier können wir noch was machen. Dann einfach separat natürlich eine Straße dazu. So, ein bisschen an die Autobahn ran. Schlurz, schurz. Dann haben wir nochmal ein paar gemacht. Jetzt fehlt Kohlenstoff. Können wir hier auch gleich noch hinsetzen. Aber erstmal haben wir jetzt für die Kollegen hier eine Strasse. Eine vernünftige. Einmal so und einmal so. Schön eingeschlossen. Und hier hinten. Die haben eine Strasse. Aber habe ich nicht gerade noch was hingesetzt, was keine Strasse hat? Nö. Dann hätten wir die Meldung. Also, Luft. Hatten wir hier. Ne, doch nicht. Hier auch nicht. Ne, hier war sie. So, einmal so. Das verschiebe ich dann nochmal. Das ging ein bisschen zu rasant. Einmal mehr. So, einmal fröhlich schieben. Zack. Dann habt ihr Luft. Dann passt das hier wieder. Aber ich bin eigentlich stehen geblieben bei den Wohnungen. Beziehungsweise, ne, davor schon bei was anderem. Ja, wir sehen. Jetzt haben wir doch ein bisschen was zu tun. Ach, hier. Da fehlt was. Jawohl. Ihr ahnt es. Eine Strasse. Hm. Einmal so. Und dann gerne hier rauf. Äh. Da würde ich nicht rein. Das ist die Eisenbahn. Das bringt nicht viel. Sondern das machen wir so. Gut. Dann hätten wir hier eigentlich bereits wieder Platz für ein paar Häuschen. Ich würde jetzt aber das Ganze sogar noch weiterziehen. Dass wir hier noch ein bisschen was machen. Damit wir eben dann wirklich auch die Häuser rankriegen. Das ist die Grundidee des Ganzen. Ja. Hier lang. Hier lang. Und dann kommen wir hier nämlich wieder rein. Das würde mal soweit passen. Da müssen wir doch das eine oder andere Habitat hier reinkriegen. Jawohl. Kriegen wir auch. Ich weiß. Das sind in dem Sinne keine Häuschen. Sondern es sind halt Habitate. So. Okay. Äh. Wie sieht es aus? 5, 3, 7. Ja. Können wir für den Moment wieder im Prinzip laufen lassen. Wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen Luft nachreichen. Da passt auch noch mal ein Teil rein. Und vielleicht sogar von den Mahlzeiten hier noch was machen. Weil die passen immer so schön in die Lücken rein. Die mag ich tatsächlich sehr gerne. Weil sie eben in die Lücken reinpassen. Jawohl. Hier noch mal eine Armada. Drei Stück. Weil Arbeitsplätze, wie gesagt, haben wir auch. Viel zu wenig im Verhältnis zu dem, was wir so eine Bevölkerung haben. Dann kann man das auch so machen. Hier ist wieder okay. Jetzt bin ich aber... Ne. Beim Stahl würde ich gerne noch mal ein bisschen nachlegen. Weil man sieht hier, das ist viel zu wenig. Haben wir sonst gerade noch was? Nö. Das können wir weg machen. Stadtstufe. Ähm. Der hat noch keine Strasse. Ich wusste doch, dass hier hinten irgendjemand noch ist, der keine Strasse hat. So. Einmal so, so, so. Schön ein bisschen von krumm nach schief. Mache ich eigentlich ganz absichtlich. Gibt es hier noch einen Boni? Ja. Hier oben. Ja. Moment. Da hätten wir sogar zwei. Ja. Dann habe ich hier wieder keine Strasse. Allerdings. Das werden wir ganz einfach ändern. So. Hier noch mal ein Teil. Sträßchen schnappen. Einmal hier hin. Ja. Passt noch nicht. Passt immer noch nicht. Ah. Jetzt haben die wieder den Eingang. Weiß ich nicht wo. Ach. Come on. Wie doof ist das denn? Aber ich kann hier natürlich aus der Autobahn raus. Da muss ich aber runter. Weil da haben wir eine gewisse Höhe. Haben wir gerade gesehen. Ja. Der hat einen Anschluss. Und der hier. Da muss ich nicht mal runter. Hat auch einen. Da können wir die Strasse wieder kappen. Weil das erzeugt je nachdem bloß Verkehr. Den wollen wir nicht unbedingt brauchen. Okay. Würde jetzt laufen. Ich kann hier auch mal auf schnell gehen. Weil im Großen und Ganzen passt das soweit. Würde ich sagen. Hier hinten brauchen sie Stahl. Sie brauchen überall Stahl. Und hier könnten wir natürlich noch was in Sachen Kupfererz machen. Das wäre noch gut. Dann hätten wir hier für die wieder eine Grundlage für den Bonus. Machen wir hier dann nochmal ein paar Minen hin. So viele wie wir hinkriegen. Aber wie gesagt Arbeitsplätze müssen wir ja auch schaffen. Dann geht das eigentlich in einem. So. Da nochmal. Der hat sogar seinen Strassenanschluss bereits. Und die hier kriegen ihn noch. Strom haben sie glaube ich. Sonst würden sie nicht arbeiten. Jawohl. Okay. Gucken wir doch mal schnell. Strom generell. Also nicht generell. Sondern eben genau hier. Ähm. Moment. Das war hier. Doch. Die sind genau noch im Kreis drin. Das passt also auch hervorragend. Gut. Produktionsübersicht in Ordnung. Hier sind wir gleich durch mit den Schulen. Das freut mich natürlich. Vielleicht dann mal noch kurz die Kontrolle. Man sieht hier wir haben ein bisschen Verkehr. Aber ein bisschen Verkehr ist okay. Solange die hier nicht stehen und Däumchen drehen. Lassen wir das auch mal laufen. Hier vielleicht noch eine. Äh. Ja. Abkürzung. Das wäre auch nicht schlecht. Mache ich gleich mal mit der ganz breiten Strasse. Einmal hier hin. Dann gerne da rein. Passt sogar. Wird das genutzt? Ja. Hier von einem. Zumindest mal. Gut. So. Schulen kommt in die Gänge. Die 3%. Die kriegen wir noch hin. Jetzt fehlen hier wieder Motoren. Genau. Das war doch eigentlich der Grundgedanke hier. Hier habe ich angefangen. Dass ich hier überlegt habe. Aber nochmal ein, zwei Motor... Oder Motorenfabriken hinstellen. Wir kriegen keinen Bonus. Ja. Das ist bei den Motoren glaube ich tatsächlich immer so. Machen wir mal zwei. Viel mehr brauchen wir hier nicht. Sonst verbraten wir wieder den ganzen Stahl. Und den brauchen wir später auch noch für die Schulen. Aha. Hier hat es gerade aufgehört. Damit das die Motoren brauchen. Ich hätte gerne die Kontrolle wie es hier aussieht. Ja. Hier hinten bräuchten wir wieder ein Stadion. Was wäre das hier? Oh. Da fehlt wieder Betonstahl. 160. 300. Jo. Müssen wir im Momentchen Geduld haben. Aber das dürfen wir aber nicht vergessen. Und hier. Das ist eigentlich okay. Bis auf dieses eine arme Haus hier. Man sieht auch, das ist auch das Einzige, das nicht levelt. Das machen wir natürlich anders. Haben wir hier noch irgendwo einen Platz für dich? Ja. Hier oben. Weiss. Sträßchen fehlt. Sträßchen kommt. So. Da rein. Passt. Jetzt müsste es da eigentlich drin sein. Jawohl. Dann müsste das auch relativ schnell leveln. hat aber noch keinen Strassenanschluss. Ich dachte, ich hätte gerade. Ne. Das geht so nicht. Hm. Nochmal weg mit dir. Ach. Die Schulen sind da. Okay. Gehen wir mit dem Tempo runter, würde ich vorschlagen. Und schau mal, wie wir den hier noch an die Straße rankriegen. Ne. Das geht irgendwie auch nicht. Moment. Moment. Ich mache das mal nochmal. So. Sträßchen weg. Und dann gucken wir, dass wir hier zuerst einen Strassenanschluss haben. Und danach die Straße. Ja. Jetzt passt. Da hinten war die Tür. Okay. Generell sonst. Ja. Das können wir laufen lassen. Also. Die Schulen haben wir. Wir gehen zur Forschung. Was haben wir noch nicht erforscht? Die verbesserten Rohrblätter. Oder Rotorblätter hier. Gut. Eben. Die brauchen wir in dem Sinne natürlich auch nicht. Weil wir nicht mit Luftenergie. Beziehungsweise Windenergie arbeiten. Oder nicht mehr. Ja. Das würde ich lassen. Das ist im Prinzip Blödsinn, wenn wir das erforschen. Weil den Rest können wir erforschen. Auch holen, dass wir das haben. Sehe ich gerade. Also dann passt ja eh. Kernkraft. Partikel. Industrieroboter. Ridium. Recycling. Alles mögliche. Hochgeschwindigkeitsautoband. Brauchen wir in dem Sinne noch nicht. Ich würde hier tatsächlich mal auf die Kernkraft gehen. Und dann vielleicht als nächstes. Was macht die hier? Genau das gibt dann die Kohlenstofffilteranlage. Und hier gibt es Industrieroboter. Und hier eben das. Und hier eben dies. Wobei Hochgeschwindigkeit schien. Die hat man glaube ich noch gar nie. Da sind die Züge dann natürlich einfach schneller. Iridium. Fabrik für Iridium-Regierung. Das müssen wir machen. Weil wir müssen hier zu den Holo-Displays kommen. Damit wir leveln können. Und damit wir leveln können. Beziehungsweise die Gebäude. Brauchen wir eine Schule. Ich habe es vermutet. Das ist jetzt nicht ideal. Dass die auch tatsächlich arbeiten. Mit einem Kreis. Und nicht mit Lieferung. Weil. Ja. Wo sollen wir die jetzt hier noch reinstellen? Jetzt müssen wir da anfangen umzuziehen. Das wird gar nicht anders gehen. Oder gibt es hier irgendwo kleine Stellen. Wo das noch reinpasst? Ich glaube ich kaum. Und man sieht der Umkreis. Ja sagen wir mal. Riesig ist das Ding nicht. Boah. Da brauchen wir 10.000 Schulen Leute. Huiuiui. Und wir müssen wirklich nochmal den ganzen. Ganzen Dingens hier ändern. Also. Einmal eine Schule hier. Dann. Äh. Ja. Jetzt muss ich umziehen. Wir schnappen uns das Teil hier. Hängen das hier hin. Oh. Das kollidiert mit irgendwas. Womit auch immer. Mit dem Strom wahrscheinlich. Ja gut. Dann ziehen wir da aber mit dem Strom um. Würde ich vorschlagen. Äh. Kann ich das mal schnell weg haben? Dankeschön. So. Weil das geht auch. Und jetzt passt nämlich. Was hat er hier für ein Problem? Äh. Die einfachen Mahlzeiten. Ne. Die guten Mahlzeiten fehlen. Aber was ist das denn für ein Zeichen hier? Sagt mir so gerade nichts. Na ja gut. Arbeite mal. Beziehungsweise. Das ist ja keine Arbeit. Das ist ja ein Wohnblock. Jetzt weiß ich aber nicht mehr. Wo ich den rausgenommen habe. Wahrscheinlich hier oben. Ne. Ich glaube das war der eine. Äh. Der kein Dingens hatte. Wo habe ich den jetzt rausgenommen? Lass mich mal nochmal eine Schule nehmen. Hier wo haben wir doch hier mit Sicherheit noch Platz. Nicht dass ich jetzt wirklich alles hier mit allem umziehen muss. Ja. Ich muss mit allem umziehen. Ich sehe es. Hoffentlich kommen da später nicht noch weitere Sachen. Die dann bedingen. Beziehungsweise erfordern. Dass wir hier irgendwie nochmal mit allem umziehen. Hier ein Habitat. Nein. Aber vielleicht irgendwie nochmal kurz Nahrung. Geht auch nicht. Da kriege ich tatsächlich nichts mehr rein. Okay gut. Dann ist es so. Zurück zum Thema Schule. Das gibt jetzt natürlich eine kleine Aufgabe. Ja. Die relativ groß ist. Hehe. Die kleine Aufgabe. Mit euch ziehen wir nachher hinten. So. Einmal hier ran. Schule. Zack. Passt. Jetzt geht uns auch langsam mit dem Beton aus. Aber dafür leveln die dann. Boah. Aber man sieht schon. Das ist natürlich gewaltig. Was wir hier an. Ja. An Schulen brauchen. Bis wir das. Guck mal. Hei hei. Bis wir das hier irgendwie dann alles abgearbeitet haben. Weil die leveln natürlich nicht weiter. Man sieht. Die sind jetzt bei 100%. Bei der Schule. Beim Sauerstoff lässt es langsam nach. Ist hier aber noch okay. Ja. Jetzt steigen sie auf. Ja. Gut. Es hilft nichts. Wir müssen das tatsächlich so machen. Dass wir die Schulen hier halt tatsächlich irgendwie einfach zwischen reinstellen. Müssen wir mal schnell gucken. Ja. Ich dachte da passt vielleicht noch eine rein. Hier. Ne. Ist das eine Autobahn hier unten? Nö. Also das ist relativ tricky. Dass man das hier nicht hinkriegt. Doch. Hier. Guck mal. Zack. Kein Straßeneinschuss. Ja. Es ist tatsächlich eine Autobahn. Also hätte ich es vermutet. Ja. Ich habe es vermutet. Wo ist hier der Eingang? Machen wir mal so. Jawohl. Eingang haben wir. Gut. Wie sieht es jetzt aus? Ei, ei, ei. Ja. Immer noch bedenklich. Wie sieht es hier aus? Beim Stahl auch nicht wirklich ideal. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Dass wir jetzt nicht vor lauter Schule. Oder vor lauter Schulen bauen. Den Rest aus den Augen verlieren. Bei den Wohnungen zum Beispiel eben. Bei den Habitaten müssen wir auch schon wieder schauen. Ne. Zack. Mhm. Da geht nichts mehr hin. Hier geht noch mal was hin. Und hier haben wir noch Platz. Sehr gut. Da müsste das Ganze mit der Schule dann eigentlich überhaupt eh schon passen. Würde ich meinen. So. Dann sind wir hier irgendwann dann in der Industrie. Jawohl. Die liegen genau noch drin. Die hier nicht. Äh. Wir haben tatsächlich. Ich gehe mal wieder auf Tempo. Wir kommen mit Kollege Stahl nicht hinterher. Wir müssen doch noch mal gucken, dass wir bei der Stahlproduktion noch mal nachlegen. Vielleicht sogar. Ja. Ich weiss halt auch nicht. Oh. Da wurde ein Habitat herabgestuft. Was haben die denn für Probleme? Sauerstoff. Einfache Mahlzeiten. Hausgeräte. Hier fehlt es an allem ein bisschen. Äh. Können wir da vielleicht mit der Lieferung noch was machen? Wisst ihr was? Ich verbinde mal die Strasse. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie zwingend notwendig wäre. Aber sagen wir es mal andersrum. Es schadet wahrscheinlich auch nicht. Wenn wir das Ganze hier so machen. Mit Höhe. Einmal hier rüber. Dann hier wieder runter. Wir werden irgendwie so. So. Und dann da rein. Dass wir vielleicht mit dem Materiallager hier ein bisschen näher rangehen. Also dass wir das halt verbinden eben mit der Strasse. Das war jetzt eigentlich die Grundidee. Der ist natürlich gar nicht schön. Dem fehlen tatsächlich Mahlzeiten. Und der Park fehlt. Oh nö. Ist wieder etwas, was viel Platz braucht. Ui. Ich weiss gar nicht mehr, wie begeistert ich davon sein soll. Dass wir hier das Ganze so mit so Einzugsgebieten haben. Hm. Weil, wie soll ich sagen. Wenn man dann die Stadt mal hat. Und dann natürlich alles noch mal im Prinzip korrigieren muss. Das ist ein bisschen semi-ideal. Und das ist auch nicht ideal. Falsche Seite. Äh, semi-ideal dahin geinnt. Wie soll ich sagen. Ja. Der Spielspaß leidet dann je nachdem halt ein bisschen. Brauche ich nochmal welche? Ja. Ja. Ein, zwei schon. Also zack, zack, zack. Jetzt kann man sich natürlich fragen. Das frage ich mich auch gerade. Warum habe ich das denn hier nicht weitergezogen? Zack. Da rein. Damit das abgeschlossen ist. Und das hier eigentlich auch. Wenn wir hier schon eine Strasse haben. So. Sie fahren, machen und tun. Ja gut. Jetzt sehen wir, das ist okay. Die Hausgeräte fehlen ein bisschen. Die Mahlzeiten gehen rauf. Und der Sauerstoff. Ja. Ein so ein Teil könnt ihr ja hier noch haben. Die passen doch eigentlich auch fast überall hin. Dann machen wir hier zwei. Dann haben wir hier auch wieder ein bisschen Zeugs. So. Da ist wieder was aufgestiegen. Aber eben im Endeffekt. Das mit den Schulen. Das wird jetzt. Das wird eine Mammutaufgabe. Jetzt könnten wir wieder was bauen. Komme ich denn hier? Ich komme nicht ganz ran. Seht ihr das? Und das sind halt die Gleise. Mit den Gleisen möchte ich jetzt nicht rumziehen. Dann müssen wir wieder ein Haus wegnehmen dort. Na ja gut. Dann nehmen wir das halt wieder weg. Also die Schule setzen wir mal. So. Anschluss haben wir. Und jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Das Haus hier. Das muss weichen. Und zwar. Hier wohin wo wir einen Anschluss haben. Ja. Mach doch mal da hin. Okay. Gut. Würde passen. Und so müssen wir jetzt das Prinzip durcharbeiten. Hier hinten passt auch eine Schule hin. Das gefällt mir sehr gut. Bisschen drehen. Dann haben wir das. Zack. Hier auch. Noch mal ein Sträßchen. Jetzt kann man natürlich sagen. Die müssen ja nicht alle leveln. Nicht alle brauchen eine Schule. Ja. Ist eigentlich auch richtig. Für mich wirkt das dann irgendwie unfertig. Ich kann mir nicht helfen. Äh. Wenn wir dann irgendwann mal noch. Ne. Guck mal. Hier hinten ist Feierabend. Hier ist die Map fertig. Also das passt. Weil hier hinten werden wir mit dem Zug nicht gross hinkommen. Sag mal. Was macht ihr mit dem ganzen Stahl? Eben die Motorfabriken brauchen halt relativ viel Stahl. Und die Neuralprozessoren gehen uns auch schon wieder aus. Können wir wahrscheinlich wieder nicht mehr hinstellen. Weil Stahl fehlt. Wenn ich sie finde. Irgendwann. Irgendwo. Was fehlt? Äh. Die hier. Die Neuralprozessoren. Das wären die. Ja. Man sieht. Können wir nicht bauen. Weil Stahl fehlt. Ja. Das gäbe Bonus durch die Sandbagger. Dann können wir die auch woanders hinstellen. Wir können sie sowieso noch nicht machen. Ich habe doch irgendwo nochmal Sandbagger hingestellt. Hier hinten. Bin ich auf Tempo? Ja. Die sind halt teuer. 150 Stahl. Und genau Stahl haben wir viel zu wenig. Hehe. Auch nicht schlecht. Ich mache mal kurz zu. Weil in der Zwischenzeit. Ja. Irgendwann werden wir natürlich die Wohnungen dann wieder brauchen. Und wenn man jetzt mal guckt. Die Bahn haben wir hier. Also wäre es nicht vielleicht sogar sinnig. Wenn wir hier hinten nochmal einen Bahnhof hätten. Sagen wir mal hier. Weil das ist doch ein relativ grosser Klüngel mittlerweile. Wir haben hier. Genau den Bahnhof mit nur zwei Gleisen. Das ist natürlich nicht ideal. Aber wir könnten vielleicht von hier hinten kommen. Äh. Äh. Ja. Hier hätten wir nochmal Gleise. Allerdings. Jetzt habe ich das natürlich auch schon wieder zugebaut. Aber das ist eigentlich egal. Weil das stellen wir dann einfach auf die Seite. So. Dann ist. Hehe. Dann ist das nicht mehr zugebaut. Gut. Äh. Sollen wir nochmal zum Thema Schulen gehen? Macht das schon Sinn? Ne. Macht in dem Sinn noch keinen Sinn. Weil wir haben hier ja gesehen. Wir brauchen erstmal die Neuralprozessoren. Äh. Da müssen wir jetzt eigentlich glaube ich was hinstellen können. Ja. Gut. nochmal schnell gucken. Bonus. Zack. Einmal so. Und dann können wir schon wieder nichts mehr hinstellen. Und das obwohl wir hier auf Maximaltempo sind. Wir kommen mit dem Stahl nicht mehr in die Gänge. Das wird hier nicht mal angezeigt. Leider. Äh. Ja. Weil eben. Man sieht hier glaube ich die Motorfabriken. Guck mal. Ja gut. Das ist einfach zweimal Stahl. Aber es ist halt zweimal Stahl. Hehe. Der da abgezweigt wird. Hier haben wir Motorfabriken. Oder Motorenfabriken. Äh. Aber die sind eigentlich alle fleissig am Arbeiten. Man sieht. Guck mal. Die Lager sind voll. Ja. Es hilft nichts. Dann machen wir halt nochmal Stahlwerke hin. Ich rede immer von Stahlfabriken. Das sind natürlich Stahlwerke. Ist mir klar. Ja. Kein Bonus. Also die werde ich jetzt aber tatsächlich nur setzen. Wenn wir irgendwo noch Bonus kriegen. Weil sonst müssen wir hier tausende machen. Und das ist nicht die Idee. Schade. Hier hat nur Platz. Aber da gibt es keinen Bonus. Hier gibt es ihn. Oh. Hier gibt es nochmal. Hier gäbe es nochmal. Da kriege ich aber nichts mehr hin. Alles zugebaut. Oh. Hier. Komme ich da mit einer Strasse rein? Ja. Wenn wir den Strom ein bisschen verschieben schon. Dann können wir nämlich nochmal Zweie hier hinstellen. So. Sehr gut. Äh. Ja. Der Strom muss weichen. Und zwar so. Dass das Kabel. Ich wollte gerade sagen. Dass das Kabel nicht geschreddert wird. Und das wäre dann so. Stresschen. Ja. Noch weitere Sätzen. Beziehungsweise. Jetzt müssen wir. Hier gehen wir nochmal runter mit dem Tempo. Ja. Die Forschung ist auch gleich wieder durch. Mit der Kernkraft. Sehr gut. Äh. Sollen wir noch schnell warten? Wo sind wir denn? Bei 96%. Weil da könnten wir statt. Dass wir jetzt nochmal irgendwie so ein Solarteil hinstellen. Könnten wir natürlich jetzt auf die Windkraft dann setzen. Äh. Auf die Windkraft sage ich schon. Auf die Kernkraft setzen. Das würde ich tatsächlich machen. Dass wir hier kurz Geduld haben. Und dann die Kernkraft nutzen. Gut liebe Freunde. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe hat euch ein bisschen gefallen. Wir sind eigentlich immer noch relativ gut unterwegs. Jetzt sieht man aber hier. Wahrscheinlich das liegt jetzt. Daran. Dass wir generell zu wenig Strom haben. Ne. Die sind genau nicht hier drin. In dem Teil. Na das ist ja. Halleluja. Kann ich? Jetzt war ich wieder mit der Windkraft dann. Ich hätte das jetzt hier so hingesetzt. Jetzt haben wir es aber Strom. Ne. Ne. Das hat schon damit zu tun. Dass wir generell zu wenig haben. Jetzt sind wir aber schon wieder um 2% gestiegen. Ja. In der nächsten Folge können wir hier. Die Kernkraft nutzen. Liebe Freunde. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich. Wir sehen uns morgen wieder. Hier in dieser doch mittlerweile relativ riesigen Stadt. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.